Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Dave der Diver. Jetzt sollen wir hier oben reinschauen, schauen wir mal in die Cookstar App rein. Ja, bester Geschmack, es dauert noch. Das haben wir ja auch schon geholt. Wir sollen hier immer mal wieder reinschauen. Machen wir natürlich gern. Und jetzt haben wir dann auch noch Bier einzuschenken. Da bin ich ja so gespannt. 80. Ich glaube, das braucht man gar nicht aufwerten. Oder werben wir es mal auf, veredeln wir es mal. Okay, können wir überspringen. 104. Ich glaube, das reicht jetzt mal, weil sonst bleibt nichts mehr übrig. Okay, das können wir auch nochmal aufwerten. 175. Ja, Wahnsinn. Okay, da bleibt nichts mehr übrig. Pferde Makrele bleibt auch nichts mehr übrig. 48. Ja, da könnte man einen noch hier reinstellen, weil wir es sollten haben. 62. Okay. So. Ja, da sollte man nochmal aufwerten. 123. Ich glaube, das reicht jetzt mal, Feuers. Okay. Werden wir einiges an Geld machen, habe ich das komische Gefühl. 8. 15. 35. 50. Okay, die Alge. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie das da mit dem Bier funktioniert. Schauen wir mal auf die Forschung. Okay, können wir ein neues Thunfischrechtschale. Ich habe ja nicht. Es poked. Okay, das holen wir uns mal. Sehr schön. Na gut. Neue Rezepte, neues Glück. Interieur. Wir haben ja über 1000. Aber ich glaube, wir brauchen dann ja über 6000 für dieses Fanggerät. Für das Verbesserte. Aber wir könnten jetzt mal hier schon mal ein bisschen was verbessern. Das verbessern wir mal. Kostet fast nichts. Okay, da können wir nicht. Da können wir nicht. Ja, was ist hier noch? Ah, da können wir nochmal ein Menü hinzufügen. Das war's. 35. Da holen wir hier den Bollenkopf. Papageifisch. Bringt auch nochmal ein bisschen was. Und bei Gold können wir dann noch eins hinzufügen. Okay, dann machen wir mal auf. Schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Das macht uns gut. Wow! . . super aufgepasst sehr schön gut und lecker wie vom bäcker ja da rollt der rubel wir haben ihn nicht mehr ganz geschafft ok der beste wird sehr schön ochtzehnte tag und regen mal ausnahmsweise schauen wir hier rein da tut sich ein bisschen was aber braucht man natürlich noch materialien dreifach achsel neu ist auch neu und lauter neue sachen hat sogar vincent beeindruckt ok rangaufstieg jawohl und jetzt haben wir gold du bist es leid schwer zu arbeiten ja was ist jetzt los guckstar rating gold erhalten neue rezepte neues küchenpersonal wassabi menge plus eins ok sehr schön ja es ist ja morgen wir sollen ja erst noch mal ein bisschen tauchen auch das ist der thunfisch ja genau noch was ja die musik forschung können wir reinschauen oder erforschen alles gleich erforschen ok da fehlt noch die flamme des handwerkers die flamme des handwerkers da geht los kein personal Sollten wir uns noch einen holen? TV-Werbung in Arbeit. Okay, das läuft. Wenn du immer fleißig übst, wirst du eines Tages ein Meister sein. Sagen wir hier Neues. Neue Stühle. Gehen wir mal aufs Boot. Schauen wir mal, ob es jetzt Vormittag ist oder Nachmittag. Morgen immer noch den neuen Beitrag hochgeladen. Es wurde veröffentlicht und sie haben gute Sachen gesagt. Na gut. Gehen wir mal rein. Ach, ich wollte in den Laden schauen. Eieiei, na gut. Egal. Ah, da ist der Thunfisch. Genau, den können wir jetzt nicht holen. Den können wir jetzt nicht holen, weil das Ding uns fehlt. Müssen wir dann in den Laden schauen. Äh, Vespelschläger brauchen wir nicht. Nehmen wir lieber mal ein paar Quallen mit. Okay, da haben wir auch irgendein Achievement. Oder wir sollen hier... Mal noch. Bisschen Sauerstoff. Kein nichts schaden. Schrottsammler haben wir bekommen. Als Achievement. So, schauen wir mal da rein. Was da drin liegt. Betäubungsharpunenspitze. Okay, was gibt es da? Munition ist wichtig. Schauen wir mal da rein. Und da war es gut, äh. Und da war es gut, äh. Okay. So einen Dicken kann man uns holen. Okay, da haben wir auch schon jetzt was erledigt. Schauen wir da mal rein. Oh. Oh. Olivenöl. Sehr schön. Na komm, lass mich raus. Will er nicht. Okay. Aber jetzt. Schnell raus. Ja. Ja. Wäre schön. wenn wir hier jetzt das Frack finden würden. Wenn wir hier jetzt das Frack finden würden. Ja. 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 Das hilft nix. Schaffen wir es noch? Könnte man noch knapp schaffen. Oh, haben wir noch geschafft. Jetzt können wir in den Laden rein. Ok, verkaufen. Oh, eine Muschel. Ok, genau. Sollten wir einen Kobra-Laden verkaufen? Sehr schön. So, jetzt schauen wir noch mal Bergungsdrohne. Genau, Hauptpunnenwumme. Da hätte man dann mehr Schaden. Aber ich würde sagen. Ich bin jetzt nicht sicher, ich bin jetzt nicht sicher, wie man hier da wieder diese Volle aufbauen kann. Für die Tunfische. Für die Tunfische. Oh, Pummenbumme. Ja, werden wir mal sehen. Ja, vielleicht sollte man die trotzdem mal aufwerten. Okay. Machen wir wieder ein bisschen mehr Schaden und gehen wir gleich nochmal rein. Auf jeden Fall macht jetzt die Harpune noch mehr Schaden. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt schauen wir mal, wenn hier vielleicht zufällig... Ah, hier sind Tunfische. Schwierig. Irgendwo war doch das Netz. Jetzt muss ich mir nochmal eine alte Folge anschauen. Also wei mal ein paar Teams danich. Ich hab dann auf einenSeinen. So, jetzt sind wir zum ZD-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ja, das ist gut. Ja Da gehen wir jetzt trotzdem mal rauf. Ich weiß jetzt nicht. Nehmen wir mal die Schüssel hier noch mit. Moment, ist das hier ein Frachtschiff? Nein, da ist nichts. Was ist das hier? Die brauchen wir nicht mehr. Aber ich glaube bei den Thunfischen, das war da so ein gelber Kasten. Und da kommt man da irgendwie rein. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie man hier dazu kam. Okay, das habe ich jetzt einfach mal weiter gedrückt. Ah, Puhnenwumme. Doof ist das. Schauen wir mal zum Eco Watcher rein. Ah, okay. Da brauchen wir dann noch einen großen Paracuda. So. Vielleicht geht es auch erst, wenn das Event losgeht. Möglich ist alles. Dann springen wir gleich mal. Okay. 23. Nehmen wir mit. 32. Ist klar. 22. Da haben wir nur einen. Nehmen wir den noch mit. Den Schnapper. Nehmen wir den noch mit. Nehmen wir den noch mit. Nehmen wir den noch mit. 90 bin ich gleich. Machen wirάen wir 19. Okay, dann haben wir nur noch einen, aber was soll's. müssen wir mal aufmachen dann schauen wir mal okay Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Braucht man noch eine Bedienung mehr? Das war ja nicht so ganz so prickelnd. Aber wir haben auch nicht den riesen tollen Fisch. Aber es ist wieder sonnig. Das ist doch herrlich. So, ich muss aber jetzt hier mal schauen. Das ist doch wirklich zu doof. Schwierig. Weil ich jetzt nicht weiß, wie man an diese Drohne kommt. Schauen wir erst einmal hier rein. Da gibt es was Neues. Einmal neu. Ja. Aber ich würde jetzt sagen mal, ich beende das jetzt. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Und dann sehen wir vielleicht, dass das, wenn das Event ist, dass dann das funktioniert. Das werden wir sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.